Fast alle chronischen Erkrankungen lassen sich auf einen schlechten Zustand der Mitochondrien zurückführen. Das sind die Batterien in unseren Zellen. Wenn diese Batterie optimal funktioniert, dann sind die Zellen wieder fitter und leistungsfähiger. Woran liegt das? Alte Mitochondrien sterben und neue bilden sich. Das ist der ewige Kreislauf der Natur. Nur leider liefern alte Mitochondrien deutlich weniger Energie als neue. Das merken wir auch, wenn wir ungefähr ab dem 35. Lebensjahr Leistungsabfall, Burnout, Herz-Kreislauf-Probleme bemerken oder dicker werden. Also würde es ja Sinn machen, diese alten Mitochondrien schnell loszuwerden. Genau das ist jetzt möglich. Mit einem cleveren Zelltraining. Und das geht so. Sie liegen entspannt auf einer Liege und atmen ganz normale Luft über eine Atemmaske. Der Trick liegt darin, den Sauerstoffgehalt während der Anwendung zu verändern. Mal etwas mehr, mal etwas weniger Sauerstoff. Das Resultat? Alte Mitochondrien kommen gewaltig unter Stress und sterben deshalb schneller ab. Parallel entstehen sehr schnell die leistungsfähigen neuen und aktiven Mitochondrien. Das könnte man auch natürliches Anti-Aging nennen. Mal ein Beispiel, was das bringt. Ein gesunder Mensch mit 70 Kilogramm Gewicht produziert am Tag 70 Kilogramm Energie in Form von ATP. Ein gestresster Mensch kann nur 40 Kilogramm davon produzieren, würde aber 90 Kilogramm ATP benötigen. Diese gewaltige Unterversorgung ist zum Beispiel typisch bei Stress. Mit dem IHHT-Zelltraining kommt das wieder in die Balance. Das Geheimnis des IHHT-Zelltrainings liegt also darin, die vorher leeren Batterien gegen volle auszutauschen. Genau das macht sie wieder fitter und leistungsfähiger. Über den Q10-Gehalt im Blutserum ist dieser Unterschied sogar messbar. Im Laufe des IHHT-Zelltrainings steigt der Q10-Spiegel um ca. 40%. Und da Q10 nur dann steigt, wenn sich der Körper im Gleichgewicht befindet, ist der Q10-Spiegel ein wichtiger Hinweis für die Effizienz dieses Zelltrainings. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, gehen Sie auf diese Website.